Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Carlo, ich bin Produktexperte bei der Firma Dyson und ich möchte gerne heute eure Frage beantworten, warum die richtige Luftfeuchtigkeit die perfekte Basis ist für einen ausgeruhten und erholsamen Schlaf. Vielleicht müssen wir uns das Thema Schlaf erst mal etwas genauer anschauen. Wir verbringen relativ viel Zeit auf einen Tag betrachtet mit Schlafen. Das heißt, gerade bei dieser Tätigkeit brauchen wir die richtige Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Schlaf oder ein ausgeruhter und wohltuender Schlaf setzt sich aus ganz vielen unterschiedlichen Faktoren zusammen. Zum Beispiel, wie bequem liege ich, welche Geräusche stören mich beim Schlafen, aber auch die Luftqualität und Feuchtigkeit sind ein ganz entscheidender Faktor. Gerade wenn wir zum Beispiel im Winter oder im Herbst etwas mehr heizen, ist die Innenraumluft deutlich zu trocken. Ein idealer Wert bei der Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen 40 und 60 Prozent. Dann empfinden wir eine Innenraumluft als wohltuend. Wollen wir uns vielleicht mal die Lösung anschauen, die es möglich macht, die Innenraumluft, die vielleicht etwas zu trocken ist, so angenehm mit Feuchtigkeit zu versetzen, dass wir wirklich diesen Wohltuenden Moment in unseren eigenen vier Wänden genießen können. Hier haben wir unseren Dyson Humidifying Cool, technisch bezeichnet PH01. Wir haben die Möglichkeit, einmal den automatischen Modus bei der Luftbefeuchtung einzustellen. Das heißt, wir müssen quasi gar nichts mehr selber machen. Wir wählen ein Niveau der Luftfeuchtigkeit aus, zum Beispiel 50 Prozent. Dann arbeitet der PH01 immer so lange, bis diese 50 Prozent Luftfeuchtigkeit zum Beispiel in ihrem Schlafzimmer erreicht sind. Wir haben noch ein paar andere spannende Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel, dass wir im Winter auf einen kühlenden Luftschrumpen verzichten können, aber nicht auf die Luftreinigung. Dann stellen wir einfach auf einen seitlichen Austrittswinkel. Die Luft wird weiterhin gereinigt, aber wir haben keinen kühlenden Luftschrumpen. Diesen kühlenden Luftschrumpen, den kann ich allen im Sommer absolut empfehlen. Hier haben wir die Möglichkeit, zehn individuelle Stufen anzuwählen. Das heißt, für jede unterschiedliche Bedürfnisse ist wirklich der perfekte Luftstrom mit dabei. Für alle, die vielleicht etwas leichter schlafen, habe ich noch eine ganz wichtige Information. Wir haben einen Nachtmodus, dann arbeitet unser Dyson Humidify & Cool noch mal deutlich geräuschreduzierter und auch hier vorne auf dem Display erlischt das Licht. Das heißt, keine visuelle und keine akustische Störung. Falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die Fragen gerne an meine Kollegen stellen, die Dyson-Experten. Die stehen euch auf Dyson.de mit Rat und Tat zur Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder besser gesagt eine gute Nacht und bis bald. Tschüss!